Ich hab mir Eis geholt. Eis ist immer gut. Ich hab ne Banane geholt. Ich hoffe ihr habt heute nichts mehr vor. Respektier ich aber. Ich glaub die werden wahrscheinlich Kha'Zix, Fiora, Jarvan bennen. Ich glaub ich auch ja. Der wird ein ziemlich sexy Meta-Read. Die Banne Lee Sin. Ja. Es besteht die Chance, dass die Victor Banne. Was war mein Banne? Weil? Weil und Ohren. Machen wir Ohren zuerst? Ja. Wollten die beiden Flexpicks, right? Na gut, die Flexe. Also jetzt flexen sie ja Ohren nicht mehr, ne? Irgendwie. Na klar, sie haben es einfach gehalten. My way, wenn sie Asiat first pick gehen, kriegen wir noch nicht Jinx? Ja, aber ich kann nicht einfach so Jinx gehen. Ich glaub das ist ja sehr, sehr geile Antworten. Weißt du? Die haben zumindest so ein paar Lens, die richtig hart sind für mich. Ich glaub die, also ich glaub die trainen einfach Asiat gegen Victor. Ja, aber wir haben ja zwei Picks. Ja klar, aber der nimmt jetzt einfach Jinx und dann kriegen sie ja trotzdem mal sie oder Victor. Achso, das meinst du. Hey, das ist echt schief im Kopf. Ich glaub nicht, ich glaub die werden schon Asiat gegen. Oder? Maybe not. Aber wenn du gegen Freddy spielst, willst du eher, also da bist du happy, wenn du selbst Victor nimmst auch. Ja. Also entweder sie first picken Jinx oder Victor. Ja genau. Okay. Bist du sicher, du willst nicht Jinx? Ja, gib mir Jinx. Let's go, Jinx Asiat, oder? Oder Jinx. Ori? Ja, ich spiel Arthrox, ich spiel Arthrox, das ist fein. Fein, willst du lieber Ori oder Asiat? Ähm, schon Asiat, oder? Ja, ich nehm Asiat. Ich geh Jinx. Ich nehm Asiat. Ich nehm Jinx Asiat. Jinx Toplane, let's go! Ja, wir müssen Arthrox auf 3 picken mit dem Necken gehen, ne? Sonst ein Toplane ist so eingeschränkt. Also ich kann ehrlich gesagt, es stimmt nicht ganz, ich kann immer noch so ein Popier und so rausballern, ich kann auch ein Urgott-Engel spielen und so, aber... Ja. Actually, ich will einfach wissen, wenn ich einfach Garen picke. Mhm. Urgott, Arthrox, Poppen. Aphelios. Okay, weniger Scaling. Ja, Urgott ist ziemlich bad gegen Renekton. Aphelios, Lulu, it is, oder? Äh, aber dann... Eaglen wir dann auch? Oder was ist denn? Nein, 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 nein. Du musst, äh, wir müssen die dann ganken. Okay. Das ist ja der Counter-Matcher. Wenn du auch e-girls, dann verlieren wir Botter. Aha. Krass. Aphelios ist Counter von Jenks? Ja. Wir müssen jetzt Arthrox picken, ne? Warte, warte, ich hab noch Poppy, wie gesagt, und ich wäre auch... Also wenn... Brauchen wir irgendeine Botter, die rausgebrannt werden kann? Das ist sehr schlecht, aber... Ich könnte noch Shane spielen. Nimm Arthrox. Ich könnte noch Shane und Arthrox spielen. Ja, aber brauchen wir eine Botter, die rausgebrannt werden kann? Das ist meine Frage. Äh, nö. Wir waren einfach Lulu, und das ist das Schlimmste überstanden tatsächlich schon. Ja, auf einmal... Lass mich mal kurz überlegen. Also ich möchte gerne Lulu-Ban haben. Ich würde gerne Bellweth-Ban haben. Die blinden doch, oder nicht? Lass mal bitte erst Bellweth, und dann können wir überlegen. Oder? Okay. Ja, ist gut. Also die blinden ja eh Support. Oder Lass picken wir Jungle? Ich weiß nicht, aber wir wollen. Mach Bellweth. Mach Bellweth. Mach Bellweth. Erstmal. Ja. Könntest du noch mit dem zweiten Band gerne kommen für Jungle? Dann müssen wir mal Support Lass picken. Also wir haben keinen Tank. Ich glaube, die Funnel ist nicht so gut. Ähm. Hm. Ich weiß nicht. Einfach. Ich hab eigentlich keinen. 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 Kann Lulu oder was? Ja, dann nehmen wir Lulu raus. Also das ist ja die Diskussion vorbei. Mhm. Dann hab ich gewonnen. Gut. Nee, ich wollte halt nur erstmal Bellweth und ich hatte überlegt, ob ich noch einen zweiten brauche, aber nie. So, die Frage ist, willst du blind Support picken oder willst du... Holst du viel Value aus dem Counterpick? Ja, das ist halt... Also die Frage ist, Wukong ist halt noch offen. Ja. Also wahrscheinlich für uns Wukong, weil wenn er Wukong geht, ich frag mich, ob es gut für uns sein kann. Aber ich glaube, aktuell... Was würde ich da reinspielen? Ja gut, ja. Wukong. Hm. Also wir würden jetzt hier Nautilus blinden. Into Braum dann wieder, ne? Ja. Aber der Aphelios Braum gewinnt jetzt nicht hart die Lane. Das ist halt, weil Braum zu defensiv ist. You know? Ja. Und was ist, wenn sie Neona picken wieder into Nautilus? Das ist keine spaßige Lange. Das ist keine spaßige Lange für dich vor allem, ja. Ja. Nee, mach mal Lange Support. Mach mal Lange Support. Mach mal Lange Support. Ja, es geht nur Nautilus. Oh boy. Bitte keine Leona. Bitte keine Leona. Ich krieg way Flashbacks. Leona Vigo. Bam bam. Okay, dann dodgen wir. Das ist sehr witzig. Dann dodgen wir. Can we remake guys? Nautilus ist Janna by the way. Nein. Aber sie wissen es auch. Nein. Ich glaube. Argodin, wenn du nicht wollen willst, ne? Ja, mal gucken wir mal. Aber kein Druck. Ja, der ist ja nur. Er muss ja noch Jungle picken. Ich geh auf der Schock. Und hoff einfach keine Zähne. Der Prinz. Aus Mordekaisers Universum. Oh Loll! Oh Loll! Oh Loll! Wer hatte das erwartet, guys? Ich würde sagen, entweder Cain, haben wir mal Cain. Wir könnten Nocturne gehen, actually. Sieht terrible aus. Für Nocturne? Finde ich terrible. Ich meine, wir nehmen keinen Spiel. Kann ich Glens spielen? Oder wir gehen Cain und Flippity Floppy in das Game. Was immer du denkst, uns das Game gewinnt? Ja, hör auf dein Herz. Mach Cain. Nimm Komfort. Cain? Du musst auf dein Herz, hör auf. Ich denke, auch so ein Ten-Speak Cain fühle ich mehr als ein Ten-Speak Nocturne. Finde ich ehrlich. Ten-Speak Nocturne. So Leute, ne? Wir nehmen jetzt aber keinen Dreh gegen drei Bottlene gegen Leona Vigo wieder, ne? Nein! Es wird schon einmal mit mir. Okay, danke. Ich bin ne Jumi, das Game. So. Ich bin gleich wieder da. Come on, guys. Ach du liebes Lieschen, ey. Also ich glaube, wir spielen Digit für Shuffle bis Form. Ab Form können wir alles spielen. Kannst du Botlane ausschufflen, Freddy? Oder? Kannst du Toplane ausschufflen, Freddy? Also kann ich Exhaust gehen, dieses Game? Oder hab ich jetzt Mental Block? Nein, du spielst so, wie du normal spielen würdest. Scheiß auf dein Mental Block, scheiß auf Emotionen. We can win. Also wie gesagt, mein Matchup ist bis Form schlecht und danach ist es gut. Cool. Ähm, mein Matchup ist Early Game auch bad, aber danach ist es gut. Ab Eclipse eigentlich. Tabis Eclipse. Es ist okay. Mein Read war eh immer, dass die Caitlyn das Problematische in der Combo war. Das ist okay. Trust. Wir brauchen, for sure, langsame Early Game Fights, ne? Sonst werden wir brand. Yes. Pirate ist ein Abgeben-Engel und Botnain-Traden-Engel. Jedes Mal. Ich krieg hier... So heftig. Leute, Leute, Leute. Wir haben eine Draft mit Comfort-Picks. Wir haben gutes Scaling. Die Gegner sind mehr Oldtimer als wir. We can win, okay? Ja. Es sieht nicht bald aus. Ey. Ey Tolkien. Ey Tolkien. Ey Tolkien. Ja. Ich würde aber sagen, du fängst mit dem Sweep an. Geht das? Nein, 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 nein. Geht nicht? Shit. Okay, weil ich würde sonst Hero lang gehen und... Halt. Ne, egal. Soll ich machen? Nein, ich weiß nicht. Ich hab gar nicht, was du meinst. Ich mach's nicht. Ne, wir laden wen einfach. Mit meinem Sweep an. Vietnam-Flish-Pick. What the fuck, Karin? So. Ironecton hat PTA. Das heißt, wenn er beim Blue-Buff dabei ist, ist er ziemlich fucking strong, okay? Stärker als ich. Aber er will auf Vigo keinen Pull nehmen, also braucht das nicht. Mhm. Aber denk dran, dass er... Wenn er D-Blade wie er PTA hat, bin ich viel schwächer. Es ist nur ein Ward-Angle. To be honest. Habt ihr Botlane Pry oder gar nicht? Nein. Du kannst es flippen, wenn... Also ich bin down zu flippen. Seid ihr nicht einfach even? Also wir sind... Pass auf, Botlane Level 1. Können wir actually Pry holen. Aber kriegen die eine gesackte Wave, um nicht zu invaden? Das ist meine Frage. Nö. Ja, dann ist doch alles geklärt. Dann ist alles geklärt. Und wir verlieren auch noch mit Push. Also brauchen wir diesen Board nicht. Und wir können sogar vielleicht optional auch was wir noch mal gucken. Ein Schutzspiel, Level 1, aggressiv, Karni. Passt. Machen wir. Ja. In 6 Sekunden gehe ich rein, Freddy. Du sollst vielleicht hinter uns stehen. Ja. Wir gehen nicht durch? Nö. 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 Töten können wir den nicht, oder? Nee, nicht ohne Algo in Grosch. Dann ziehe ich hier meinen Recall auch durch. Brücke, du bist kurz 10 Sekunden allein. Das ist okay, oder? Ja, kommt eh zu dir. Ich bin gleich da. Er ist jetzt gleich an den Golems. Wiener? Komm, ich beeile mich. Aber er muss dann noch Resenten. Obacht, ne? Leona ist schon bot lane. Ja, doch, Flash. Die haben jetzt einen Slowpush und könnten einen Dragon anfangen, maybe. Die könnten auch bot lane difen, by the way. Die haben eine riesen Wave hier. Bot lane bin ich da. Okay. Für den Dive. Die klären auch die Vision schon. Jetzt habe ich einen Drake. Die move jetzt in den River. Die move jetzt in den River. Ist das abgegeben, Enkel, oder? Ja, ne? Wahrscheinlich, oder? Oder wollt ihr fighten? Ich kann es mal rausfinden. Die sind stärker als wir auf Bord. Wir connecten es, maybe, noch for bad. Oh, warte mal. Die sitzen hier drin. Ich komme gleich. Okay, einmal live. Nice, good job. Fingen sie jetzt Dragon? Jetzt kommt der Mitländer von denen aus der Base. Er kann nicht so chunked. Ich bin sehr chunked. Dann geben wir ab. Geht jetzt Level 6 auf der Wolf. Okay, Base kann. Oh shit. Die haben eigentlich nicht Dragon gemacht. It's okay. Wir pushen. Wir pushen. Wir pushen. Wir pushen. Wir pushen. Ich hole die Vision. Okay. Bei der Mitländer 6. Die kommen erst wieder nach unten. Die haben Dragon noch nicht angefangen, oder? Wie oft schießen die denn da aus dem Misch? Gar kein Mal, oder? Wenn du jetzt über Mitte kommst, können wir den killen, callerね? Obwohl die... Ne, die waren DRAGON. Also... Ich weiß nicht ob sie wirklich DRAGON machen... Ne, ne. Kannst du rausfinden, aber... Ne, dann sterbe ich wieder dafür. Mach den... Mach den Ping-Odgi raus. Jetzt sind sie aber wahrscheinlich dran. Die bluffen die ganze Zeit für DRAGON. Aber ich glaube, die machen den Actual jetzt wirklich auch. Ja, jetzt machen sie ihn. Ich hab hier unten einen Consolo-Ipion. Die könnten auch Mitte danach kommen oder währenddessen. Die sehen mich jetzt unten auf der Boardwave. Keine Thumbs benutzt du da? Außer Ignite, maybe? Ne, Ignite, aber sonst nicht. Also, wie sieht's aus mit Swap-Angle für die? Könnten sie jetzt, actually. Hier gehst du an den Raptor. Da muss er einfach runter machen, ne? Wenn die Wave durchpushen und dann auch swappen. Aber wenn sie Reniken runter swappen, können wir ihn diven, ne? I disagree. Wenn der Tabis hat, ist er hart zu diven. Ja. Ich denke, wir sollten nach der Wave auch basen und einfach auch swappen, ne? Ja, wir können den Harrod einfach abgeben, aber mit swappen. Okay, was kriegen wir dann? Nichts aus. Wir fallen einfach Harrod. Okay. Wir sollten jetzt aber shuffeln, actually. Ne, der hat jetzt wieder flash. Der hat jetzt wieder flash. Der hat jetzt wieder flash. Wir sollten trotzdem shuffeln. Wir sollten trotzdem shuffeln. Aber der wird jetzt resetten auf die Wave. Zu sicher. Renekton ist sehr squishy. Darf aber ne Menge Damage. Also, sie haben beispielsweise auch Full-Botside-Version gerade. Kannst du das nehmen, Karne? Bei bot lane gehen sie nicht bleiben. Botlin fehlt auf jeden Fall. Komm mit mir. Die E-Version noch nicht. Botside-Version. Ja, 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 ja. Ah, ich hab grad meinen Sweeper gewusst. Ich hab noch einen Pink-Water. Hast du den? Du hast den noch. Ja. Ob seit Camps spawnen haben die jetzt gespawpt? Pink-Water. Sehr tief frisch. Pink-Water. Ähm. Ja, berühlig. Ich hab, du musst wahrscheinlich gleich pushen. Können wir das hier nehmen? Ne. Weil ich nichts sehe. So lang, bis wir hier sehen. So lang, bis wir da sehen. Also, actually, ich find kurz was wir da drin sind. Nein. Ich muss buschen. Die können, aber die werden wahrscheinlich einfach Harald machen. Die sind vielleicht im Busch oder so, ne Geist? Die sind vielleicht im Busch. Also Leute, die Wave pushen aber sehr defensiv. Haben die mal einen topside gesehen? Der Plans, Karli, ne? Ich weiß, du auch Plans hast. Die werden Harald machen, oder? Nein, Eleona ist unten. Die sind beide unten. Steht mal den Busch, holy shit. Das ist so für fette Eier. Ich hab immer noch prior. Ja. Sind unten, nein, also ich bin Ivan, wenn du zwar failures. Kannst du, kannst du machen, Freddy? Ja, kann ich. Ja, dann lass mal das hier contesten mit Freddy zusammen, wir mit prior. Contest, contest, contest. Wait, wir können sogar engagen, oder? Ja. Das zu spät, ne? Wo ist Wego? Nicht da, aber wenn Freddy ist egal. Können wir da reiben? Nein, 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 nein. Die, die, Leona hat auch ihre Stopwatch schon. Er pusht jetzt auch wieder hart, oder? Er pusht jetzt auch wieder hart, oder? Aber okay. Ja, aber es ist schon rough, Double TP. Und die Engage auf der Engage in Botlane? Ja, jetzt kann der victim rum, oder? Ja, jetzt kann der Rücken rum, oder? Rücken, 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 Rücken. Die sind gar nicht mehr, okay. Ich bin Mitte, Rücken, 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 Rücken. Und du, du, du Ulti sehen, ne? Musst dich gegen Hupen, ne? Ja, ich hab in 8 Sekunden, hab ich. In 8 Sekunden. Wnecken, kann der Mitte sein auf der Web? Ja, ja. Ich komm von rechts jetzt. Die kommen jetzt alle von uns. Leona hat keinen Flash, da. Nein, nein, ich schaue Lona. Shit. Weißt du, wir hätten gekonnt? Ja, ja, ja. Leona können die nicht verteidigen. Wir gehen rausmoven dürfen. Ne, ne, das kann auch sein. Leona kann überall sein, ja. Er ist Backtop. War bei Gromp gemacht, ja. Wego, Leona, maybe Mitte, ne? Ne, der macht Raph Zorn gerade, Wego. Er ist Raptor, ne? Also, die spielen irgendwie für gar nix, außer für Bot. Also, ich glaube, wenn wir nicht reinfighten, das ist okay. Und ich bin ja, Leona hat auch keinen Flash mehr, gell? Willst du pushen? Ja, Rack kann ihr swappen, ne? Erwebung muss wahrscheinlich topside sein. Wenn die die Werf nicht an, dann swappen die. Pretty sure. Swappen wir dann auch, oder was machen wir? Ja. Warten wir, wir haben eine gute Bot-Wave und eine gute Top-Wave. Ja, ja. Harrod ist wahrscheinlich dann aber nicht mehr Contestable. Wir wollen den Farmen, entleast, aber die King Harrod. Ich muss den... Ja. Ja, wir wollen den Harrod, aber wir wollen nix anderes. Wie sieht's aus mit nem Play für Form auf den... Den ganzen Tag? Ja, können wir machen. Noch kein Godraker. Also wenn, dann jetzt. Und was passiert, wenn die jetzt einfach top gehen? Zu dritt? Dann nehmen sie fünf Playdings. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich weiter für Death spielen. Ja. Sieht danach aus, andersl. Aber Racken geht auch. Krugs-Farm hier. Hm, ich kann raus pushen und hochmoven. Wann das gut? Leona ist noch missing. Man, aktuell passiert nichts. Vielleicht könnt ihr auch nach dem Slow-Push zurück pushen. Leona ist unten. Wir haben Blue-Buff zu bekommen, ja. Ja, aber die sehen mich nicht. Ich glaub nicht, dass sie da einen werden. Wir haben ne richtig fette Wave-Farm. Ja, du kannst Hover nicht, also ich glaub das ist nur ein Clear Angle. Ich hab Eclipse jetzt schon. Aber okay, sie backen off, sie backen off, sie backen off. Danke Freddy. Die werden ziemlich sicher resetten. Den müsst ihr auch race. Nach der Wave, okay? Wollen wir mal mit dem Drill? Wollen wir nicht einfach Played Strain, wenn die resetten? Nein, nein, die swappen mit Harrod. Die kriegen ja auch mehr. Okay. Du musst eigentlich toplanen. Ah, wir fahren mal ne Wave. Ich hab TP. Wir ranken auch. Wir würden Drake-Fight am liebsten stayen wollen, wenn wir Drake-Fighten wollen. Ich hab noch keine Erfahrung. Ich brauch eigentlich vorher... Lass erstmal das... Also einfach defensiv Harrod defend'n. Why not? Wego ist Mitte gerade. So, wir verlieren ja gerade nix. Die werden zwei Platten kriegen mit, aber that's it. Das ist ja voll geil. Leona kein Flash, aber Stopwatch. Wir ranken jetzt Gold, ja. Das sind einige stärker als ich. Mhm. Ich brauch noch 500 Gold. Ich hab teilweise gekauft davor, deswegen. Die sind Mitte? Wego Mitte. Nicht vor auszitzen. Wie drastbike. Okay, du musst bot, glaub ich. Und ich komm jetzt gleich nach Redbuff. Die werden für einen Bot-Dive gehen, ne? Ja, ja. Wir brauchen Bot-Sidevision. Schon. Ich hab TP. Wir geben nicht ab. Wir geben nicht ab. Wir werden nur Dragon kriegen damit. Und halt zwei Platten. Die sind schon hier, uah. Geh mal gerade noch Drake. Ich bin du Wave-Kleon. Ich push Mitte und dann haver ich wieder. Oh, die haben mich eigentlich schon gesehen. Oder sie gehen vier Mann Mitte, so wie das gerade ausnahm. Also die werden Mitte herrölen, aber nicht mehr als zwei Plattenkrieger. Also die sind auch gerade stuck in... Herod läuft da, also Plates laufen euch aus. Ragnar Prowthop. Leona ist unten. Beide unten. Die werden für Botland-Play gehen. Nein. Das ist ein bisschen Hard-Bot. Die gehen mit Bot-Push into Mitte jetzt. Okay. Dann Murren wir das, right? Ja. Die haben Wissen auf euch da, ne? Ja. Achtung, kann ich. Ja, ich geh oben rum. Leona auf der Rotation catchen. Die Ulten hier. Ich bin fein. Ups. Leona Ult ist raus. Und die Gnade ist auch raus. Ihr habt, was ihr wollt, oder? Haben wir Bot-Push to takeen hier? Ich hab in 10 Sekunden meinen Sweeper wieder. Wie lange noch fürs Form? Äh, ich hab die Hälfte bekommen gerade. 3 Sekunden, weil ich... Ich hab die P. Wenn wir machen, ist auch ein Leash. Gleiches gilt für Renekton. Hier rein vielleicht? Renekton bitte hopper. Er ist top, nur meins. Das war's. Mit dem Daniel. Ich glaub ich darf den Pink nicht hütten. Also wir scan rein, ne? Ja. Bego ist hier, Bego ist hier. Brauchen wir die P. hier? Wollen wir fighten? Ne, ne. Wo willst du das? Hat er bekommen? Renekton kann über den Witterhorn an. Ich werd hier resetten. Ja. Ich könnte dich n'bitter anflaschen oder so. Hm. Ja, der farmed on-spawned die Camps von Bego bei 3. Ich bin fast gar nicht behind. Und mein Champ ist besser als Aphelios später, ne? Also wenn ich... Ich war ja hinten in diesem Game ist super. Nein, also... Keiner ist, glaub ich, stillt jetzt. Alles gut. Ja, alles ist super. Ich bin super. Alles gut, alles gut. 2 Minuten später. Drei Items. Ich glaub das einzige was, worüber wir reden müssen, waren wir... Also wann wir anfangen zu fighten. Genau. Das ist wichtig. Wir brauchen eigentlich... Wir brauchen deine Form vorm Dragfight. Genau. Das heißt, wir müssen irgendwie... Wir müssen jetzt eigentlich einen Play-Off-Rank machen. Ich glaub... Wenn wir irgendwie ein Board-Line sehen, dann mach das. Ist der auf der Wave dann? Nein. Ich hab grad Grump oder so. Okay. Ich werd Slow-Pushen. Fühlst du dich sicherer in der Mitte, Brücke? Oder wo willst du denn? Der war bisher auch absolut zu... Nein, wie du willst. Wie du willst. Wie gesagt, ich muss halt nur... Ein bisschen stacken. Mehr nicht. Er hat kaum gemacht. Dann hol den Stack. Wenn dann jetzt. Go. Victor, bitte. Achso, ich. Wo willst du hin? Du musst sagen. Dann geh ich Mitte. Okay. Er muss halt eh benutzen, damit ich genug Stacks kriegen kann. Ja, ich weiß. Actually, vielleicht geh ich nicht so weit rein, einfach. Okay. Wego ist Bots halt. Wir haben Wego-Bot-Stack gesehen. Wenn die dreimal einen Bot sind, kriegen die den Tyrality aber jetzt, ne? Ja. Die sind alle da, ne? Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Ja, er ist schon geflasht und hat geultred. Ich glaube, wir können ihn actually traden. Ja, die kriegen hier first Turret unten. Ich kann das nicht verhindern, oder? Ah, ich will nicht mit den Turrets abgeben. Ne, ne, du musst nicht abgeben. Wie viele Stacks hast du bekommen? Also, ich bin bei 10% und fehlt mir. Ja. Ja. Aber wir kriegen auch Turret, guys. Das should be fine. Okay. Ne, mal base. We roll die Defense für T2 Defense. Wir müssen T2 Defenden, Carney. Ich bin zu viert, ihr will. Vielleicht die Pinnie. Ich kann, aber ich hab keine guten Worts. Die leiden, die leiden. Nein, das tun sie nicht. Also, die kriegen Turrets. Ja, aber ich dachte, was soll ich denn machen? Okay. Ah. Brauchst du Kühn. Okay, du musst Mette pushen dann. Yes. Ja, du. Können wir den mit T1 nehmen dafür? Nein, nein, wir kriegen doch nix. Der Victor war auch unten, ne? Wir haben Top-Land-Rid bekommen aber mehr nicht. Also wir kriegen den Push-Mette. Vielleicht ein bisschen Hits, aber mehr nicht, oder? Du kannst schon hinten. Du händ' davon ab, wo die jetzt sind, ne? Ja, die wieso hast du denn los, wenn das passt. Ich kann dir nicht helfen, ne? Dann hätt' ich Mitte. Ich bin instant tot, wenn da was kommt. TP mit? TP, that's it. Ich recall hier. Hätt' ich jetzt nochmal den Renek, oder? Wir können alle jetzt matchen, ne? Das ist true. Wir können alle in den River, kommt zu dir. Renek, das ist noch top für den Moment. Wir nehmen jemanden unten. Können wir Mitte halten, so? Immer Mitte. Du brauchst Hilfe, bitte. Die sind vier Mann in Top-Seite jetzt. Können wir jetzt Top-Seite spielen, actually? Ja, wir haben TP-Wert. Wir haben TP-Wert. Wir haben TP-Wert. Ich recall und komm dann. Außer ich krieg Free-Stack auf. Ich krieg' Renekton oder gegen was? Wieso? Der Viktor hat nicht TP-Wert. Dann ist doch Top-Seite eingefriert. Scheiße. Wollen wir da nicht hier fighten mit TP? Gleich? Zu spät. Ich komm' Renekton hinten. Ich komm' Renekton hinten. Wahrscheinlich nicht Kill, aber... Vigo ist auch oben. Ja, nicht Kill. Hast du genug? Ja. Gut. 25 auf den dritten Drake, ne? Ja, ich hab Form. Ich hab Ult. Wir haben Renekton und Ult bekommen. Wir fighten, oder? Nice. Ja. Sano ist wichtiger als meine. Ich hab auch bisschen Vision bekommen. Ich denke, wir sollten fighten hier noch. Ja, ich hab Form. Und Freddy hat Turret, actually. Ich hab auch meine Stopwatch noch. Jetzt Fokus. I guess Viktor fehlt... I guess Viktor ist am stärksten gerade. Ja, die rennen gerade Freddy runter. Die können mich runterrennen hier, glaube ich. Ja, lass die mal verteidigen. Wir haben TP. Wir haben TP. Wir haben TP. Ich glaub ich... Wir fighten dann. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Auf Leona, auf Leona. Wir kommen. Die TPen hier auch. Renekton hat kein Witz. Der Ego kriegt Rested auf mir. 1, 2, 1. Nice. Wir verlieren. Die Backline... Ihr seid 2 gegen... Mensch? Ich hab 2 auf mir. Ihr gewinnt, ihr gewinnt. Der ist alleine. Tower, tower, tower. Oh mein Gott. Ich hab den Nasir Turret. Wir sind hinten in der Backline aber auch. Oh mein Gott. Scham. Ich hab keine W gerade. Ich hab, wenn ich respawn, hab ich TP. Ophelios Flash. Ophelios Flash. Wir haben gleich TP. 15 Sekunden. Victor nicht. Victor nicht. Victor nicht. Victor nicht. Du kannst mit pushen und dann könnte regroupen. Alter. Na. Na warte. Du kriegst einen Mitz. Du kriegst einen Mitz. Maybe. Wir fighten dann direkt. Ja wir fighten. Wir haben alles benutzt. Ich hab kein TP. Aphelios Flash. Victor Flash. Hat jetzt wieder Ult. Danach ist hier ein Potion für dich Brücki. Die sind resetten. Ja. Aphelios hat keinen Flash. Victor ist auch geflasht. Ja. Ist VEGO flashed? Ja. VEGO ist auch geflasht. Jonas ist auch geflasht. Ich glaub wir können hier aggressiv noch defen. Ich bin sehr spät. Wir warten auf Azir und wir warten auf Arthrox. Die werden anfangen. Wir müssen über Botzeit groupen. Aber wir leben. Ich muss durch Mitte gehen. Ich muss durch Mitte gehen. Ich muss durch Mitte gehen. Wir können ihn starten. Ja. Wir können ihn starten. Let's try. Nach unten rauskiten. Actually du musst kommen. Nach unten. Wenn die jetzt direkt kommen glaube ich über River. Die Herald Mitte. Machen wir jetzt hier wieder Deck durch jetzt? Die sind bei uns. Die sind bei uns. Niemand ist Mitte. VEGO flanked. Ich seh alles. Vorsicht nicht klumpen für die Leona Ult. Gehen auf Karnik von Rüstet. Karnik for free. Lass hinten lang gehen. Zusammengroop maybe. Können wir noch fighten? Ich kann nicht gegen Autos. Hier connecten. Hier connecten. Hier connecten. Und dann rein. Und dann rein. Hier rein. In den Busch. In den Busch. Keine Victoals. Hier ein Ward clean guys. Und dann hinten. Bisschen weiter reinziehen. In den Busch. Jetzt hittet. Hittet. Schöner Watch. Nach unten ziehen. Und weiterhin. Selbe, selbe wie gerade. Keine Victoals mehr. Ja. Huge. Pass raus. Ich fuß botline durch. Mitwave. Mitwave. Du hast TP. Geh mal botline ready. Wir werden einen Blooping für Nash brauchen. Brücki. Ja. Schöner Fight, Leute. Die haben einen schnellen Nash mit der Filist. We gotta be fast actually. Ich hab TP. Ich hab TP. Ja. Bloop. So schnell du kannst. Bloop. So schnell du kannst. Ja. Ich weiß es nicht. Ja bitte schnell. Sonst sterbe ich jetzt hier. Ein bisschen Range. Okay. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Die sind im Busch hier. Die sind hier im Busch. Weißt du es sicher? Ja ja. Ich hab meinen Ego bekommen. Nektor ist unten. Gut. Gut gehalten guys. Good job. Na wie wir progressen jetzt weiter hin? Also ich bin sehr wett gegen Victor. Wir fighten einfach weiterhin fights, oder? Du bist glaube ich gerade sehr angreifbar. Actually diese Waffe hast du nicht nehmen. Victor. Sind für alle Tops. Die machen. Wir haben wieder keine Nash-Vision. Die haben aber fehlen. Das ist noch Mitte. Der hat gute Waffen. Wir müssen. Ja. Wollen wir trotzdem gehen. Freddy geht mitte. Guys. Fuck mitte. Fuck mitte. Ich bin viel schlechter als Renekton in dem Pfeil. Die Waffe ist jetzt aber schon hier. Ja ja. Freddy ist aus der Waze. Wir connecten hier. Okay. Wir connecten hier. Niemand ist hier drin. Du pushst noch einen Wave. Wir zeigen uns nicht. Victor hat gerade eben schon Busch gechillt. Könnte ja wieder passieren. Wir haben keinen Renekton TP gerade. Noch für 20. Wenn sich Victor zeigt, brauchen wir deinen TP Instagram. Aber du kannst auch angegriffen werden. Also er hätte schon mich gefallen, wenn er noch da wäre. Gut. Okay. Jetzt gehen wir mit zu dir hinten rum. Wir wollen hier connecten. Okay. Ich face-check mit E. Ich kann da halt nicht rein. Ich werde mit E sehen. Hätte auch Shadow-Fair. Okay. Wir sehen Victor oben. Da unten ist jemand. Lass mal hier gucken. Hier rein. Ward-Word hinter uns. Wir müssen nash passen. Jetzt Nash pielen, jetzt Nash pielen. Jetzt Nash pielen, jetzt Nash pielen, jetzt Nash pielen. Zusammen, zusammen, zusammen. Ich muss gleich wieder Renekton matchen. Wir haben wenig Zeit, was mich angeht. Ich hab keine Words mehr. Ich muss hier nochmal resetten. Wall Shadowflame? Ich bloot auch'sless. Ich überlege halt ob wir nicht einfach ein Nash machen könnten, aber ich glaube nicht ne? Ja, wenn die Crap haben, schwer, oder? Hinten über die Wand könnten wir machen. Die haben aber gerade gewordet. Oder so pink waren wir eigentlich sehr in 10 gewesen. Die Grooten gerade in der Mitte. Ragnar hat viel Primo gerade. Und hat wirklich sein Item? Die Carries haben jetzt gleich wieder Flash. Wir müssen über Vision spielen, also reden. Boah, die können da unten irgendwo bei dir sein, ne? Wie kriegen wir Vision? Müssen wir jetzt in der Mitte einfach Aram spielen wieder? Why not? Actually, let's do it. Ich glaube, das ist eine riesen Wave, die wir drücken. Ich finde, wir werden raus, wer hier ist. Hier ist niemand. Auf mich keine Vision, ne? Wer ist das hier? Ich glaube, ich gewinne gegen einen Sideline, ne? Wir kriegen Mitte Prior. Ist das sogar nicht die Nash-Angle sogar? Ja, ich habe auch Bock Prior. Ich kann dann nach Shiften. Oder TP in Straight. War das gut. Die haben nur ein Blutricket. Achtung, hier aus dem Busch. Hinter uns. Was braucht die Mitte? Ja, TP TP schnell 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 schnell. Wow. Verlieren das, ne? Ja, das ist schon verloren, der Fett. Musst du rauskappen, so gut es geht. Wenn ihr könnt, dann können wir vielleicht Nash defenden gleich mit eurem TP. In 30. Wir nehmen noch keinen Flash. Dafür hat es gegelfrost. Ich glaube, Jego hat auch geflasht, ne? 27 Sekunden. Kann ich mit 10 wieder, David? Sollen wir links langlaufen? Ganz links über den Blue. Ganz links, ja, ja. Wir machen den extrem schnell, ne? Über den Show. Über den Show. 9k. 9k. Ach, okay, über den Show. Okay, links lang brauchen wir dich. Der hat keinen Flash, der hat keinen Flash, der hat keinen Flash. Jona hat keinen Flash. Komm in 10, kann ich defenden? 2,5. Ich tipp wieder gleich und dann fighten wir. Ja, ich gebe auch Rookie. Rookie ist, glaube ich, maybe tot. Er hat noch Sunset, noch Sunset. Wir können noch fighten. Wir können gleich noch fighten, ja. Ich bin jetzt auch gleich da. Zurück, wieder zurück, wieder zurück. Können wir hier rein? Wir brauchen dich. Ich seh euch, ich seh euch. Kann ja nicht rübergehen, um uns geordnete zu werden. Oh, I think you should chase this shit, by the way. Der TP, der TP, der TP. Oh, you should still chase, slow chase. Let's not do this first, maybe? Die sind hier drin, die sind da drin. Ah, it's all, it's all. TP? Junge. Ich komm zu euch, ich komm zu euch. Auf TP, auf TP, auf TP und dann drag'n, okay? Okay. Ja, Tolkien. Absolut huge. Reset drag, reset drag, reset dragon. Let's fucking go, baby. Schönes Ding, Tolkien. Fucking get it. Das ist so wichtig, eh? Ja, wir resetten drag, ne? Ja, wir resetten drag, reset drag, reset drag. Musst du nicht resetten, Tolkien? Ne, ich lauf da durch. Okay, äh, Achtung wegen Leona und Aphelos sind da, maybe. Von trappen. Leona hat keinen Flash. Denkt dran, ein Ragnar TP, Viktor hat noch, ne? Ich hab zwei Items, auf dem nächsten Item kann ich, äh, Ah, Receiver spielen. Nein, wir haben ein bisschen Zeit gewonnen. Wenn wir jetzt drag'n kriegen, ist alles gut. Wie viele Nests haben die? Einen, ne? Achso. Ja, actually true. Wir müssen starten, wir müssen starten. Wir müssen starten. Wir können noch fighten kommen. Wir haben schlechte Sides, aber sie könnten. Hat der Ragnar auch TP? Nein, der hat gerade TP. Nee, da kommt nix. Sehr gut. Gutschuh für mich, Enkel. Ich hab, äh, ja, ich kann's fahren, ich geh base. Die werden top pushen, wir müssen vier top defenden, okay? Mhm. Die haben auch Tempo dafür. Also die haben aktuell Vision da. Ja, wir fighten am T2, ne? Ja. Durch wird T2 gehen? Nee, 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 du base und wir defenden, wir defenden actually unseren Junker oder nicht? Können wir facetracken überhaupt? Äh, wenn der Aphelos sich an der Wave zeigt, ja, 100 pro. Okay, wir sind alle. Renekton ist Bord. Der hat kein TP, der hat kein TP, der hat kein TP. Dann lass, dann lass actually fighten sogar. Der stirbt bei derweil relativ schnell, der Renekton auch, ne? Gegen dich auf jeden Fall. Verbrücken? Ja, klar nicht für mich. Ja, lass fighten, guys. Also wir fighten, der hat kein TP. Wir sollten fighten. Ich geh ganz, ich geh slow, ganz slow chasen, okay? Leona, Leona? Ganz slow, guys. Ich geh hinten rum. Die werden auch nicht hören, wenn ich hier reingehe. Wartet gut, wartet gut, wartet gut. Aha. Hier, wir sind da hinten, Leona ist free. Einfach Leona, ja. Ich glaub, die geben Leona, ja. Ich geh gegen Leona. Ich geh gegen Leona. Was tun wir? Wir könnten noch hinten rum für die gucken, aber wir sollten auf jeden Fall drauf pushen. Victor ist hier. Victor ist hier im Heimann und er moved. TP in 50, guys. Die rotieren vielleicht? Ich finde. Willst du noch gerne rein? Ich hab kein TP. Ja, push top T2. Bitte annehmen? Ne, 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 ne. Kann er Abdrucks machen. Renekton moved jetzt, ne? Hast du ja, Ragnar hat TP? Ja, ich hab kein TP. Ja, er hat noch nicht. Er ist hier. Er hat noch nicht, er hat noch nicht. Nur Prime, er hat nur Prime. Darf ich da rein? Lass erst die Camps nehmen, guys. Lass erst die Camps nehmen. Ich glaub, das ist alles, was wir kriegen. Bloop vielleicht? Ja, ja. Geben alles beruhig, wenn der Infinity jetzt schadet, dann haben wir gute Chancen. Dauert noch ein bisschen, aber ich bin lange. Ich bin noch hinter euch. Noch hat nur Victor TP. Ach, du hast was? Wir gehen hier raus. Ich glaub, wir haben, also wir müssen einfach nur noch über Fights reden, wir brauchen nicht über Skanks reden. Ja, das wird nur nicht gecatcht werden, ja. Genau. Das ist alles. Wir müssen dann nur darüber nachdenken, wo die sind. Kann ich still nicht kreativ Camps haben? Dann hab ich Pidic. Nehmt einfach. Wir haben hier keinen Timer. Es ist fine. Nehmt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist auch noch eine kleine Crash da, leider. Nehmt, nehmt, nehmt. Ich hab noch einen Ruby Crystal. Okay, guys, wo sollten wir uns positionieren, ist die Frage. Zeitlan eigentlich immer, oder? Die gehen für Tier 2 top vielleicht, oder? Die haben keinen Nisch mehr theoretisch. Geht's mal über Reset and Law. Wego hier. Wego hier. Die laufen gerade nämlich hoch, ne? Mhm. Die kommen hoch. Was machen wir damit? Wollen wir 5-Man-Beta-Groupen? Können wir machen. Für Pryo. Oder wie lange? Bitte können sie halt viel flanken, ne? 400. Okay. Wir sollten warten jetzt. Ja, dann werd ich auch vor Pulseback spielen. Ich hab mein Altim auch in 400. Ja, bitte, bitte wartet auf Brücke Pulseback. Lasst euch nicht engagen, lasst euch nicht catchen, bitte. Gut. Wie viel brauchst du? 400. Mit Wave kommt jetzt. Die können damit Bot-Side gehen, ne? Auch Top-Side. Ich bin schwer. Trotzdem fern der Seite spielen, Geist. Egal ob wir Spikes brauchen noch nicht. Wir sollten für eine Seite spielen. Dann spielt Aktei für Top-Side. Wär ein besserer Vision top. Okay, die sind auch da. Die sind auch da. Ich bin gerade alleine Bot-Line. Und der Mann schon nach. Wir brauchen dann diesen Pink Ward hier. Ich kann Dorons verkaufen. Ich kann Dorons verkaufen. Ich kann Dorons verkaufen auf den Infinity Edge. Gut. Hier rein. What is this? Okay, die wollten rein. Okay, nice. Die waren da drin. Actually war das Flip, weil der Fläser noch nicht da war, aber okay. Okay, I'm ready. Ja, lass den Mitte-Wave eskortieren dann. Kommen wir da oben vor. Wir hätten theoretisch die Bevision hinter denen. Ja, genau. Ich hab gute Frank Ward's. Also... Nee, lass ihn aber von der Backscreen, Geist. Wir gehen jetzt Mitte durch. Wir gehen jetzt Mitte durch. Ich muss eine Wave top noch auspushen. Dann musst du hier lang laufen, ja. Ich habe der Stance in der Basis in 20 Geist. Wir sollten warten. Wir können wieder hier irgendwo schießen. Wir haben eine Wave und dann bin ich da. Dann hab ich auch gute Wave für Nash. Push nicht weiter aus, ne? Ich komm direkt rum. Ja. Okay Leute. Ich glaube, wir können schon Vorzeit machen, Guys. Und wo ich pushen? Die kommen hier, die kommen hier. Die mit der Flash? Die können es gerade in den Necken reinlaufen. Okay, jetzt raus 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 raus. Die kriegen keine Nacht. 50 Sekunden. Das war echt schon sogar, glaube ich gar nicht mal was. Du bist sehr spät ab. Die können den schon forsten. Ja. Wir werden den forsten, ja. Wir müssen dann... Ihr müsst alle raus. Du wirst, dass wenn du musst. Ja. Ich bin big, ich bin big, ich bin big. Also die haben Leona Flash, Leona Ultgeos. Hat der Dings geflasht? Nee, der hat, glaub ich, nur geultet der Wego. Können wir wieder auf uns strappen. Ich hab erst Blue Click in 50. Die haben aber kein Dingens, ne? Die haben kein Flash of Leona. Azir Tower ist nice. Die werden hier sein. Wer kann den checken ohne zu sterben? Arthrox, ne? Ich hab auch. Ja, das stimmt. Ich hab 5 für Trinket. Wir haben noch 12 Sekunden. Welche Waffen hatte der Aphelios? Ich hab auch Trinket. Also ich glaube, die sind geresettet für Nash. Oder für Soul. Die machen den nicht, die machen den nicht. Das ist keine Soul. Das ist gar nichts. Sind wir sicher? Können wir kurz Blue Trinket drauf ballern? Ja, Blue Trinket drauf. Ich hör eins drauf. Nice. Dann geht's Bot-Set haben. Die könnten aber schon da drin sein. Also lass Arthrox face checken. Du bist schnell tot. Ich bin auch schnell tot. Ja, nicht so schnell wie... Ja, aber du bist 5 Level über mir. Ja. Die gehen Top-Side rein, ne? Welche Waffen hatten wir? Kane kann den Sohn und den Drag. Wenn die... Ja, die... Die... Haben wir noch ein Blue? Noch ein Blue? Dann müssen wir erstmal face checken gemeinsam. Nice. Ich hab's jetzt... Blue, 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 Blue. Ja, ist ab... Ist ab... Ist aber nicht so healthy. Actually... Also wir können den Fight spielen, ne? Wir haben den schon. Ja, wir müssen push into Dragon. Ja, wir müssen push into Dragon. Ist fein. Wenn die nun reinfighten, spielen wir, ne? Ja, müssen wir, müssen wir. Scheinen nicht zu kommen. Ein gutes Sides. Ein gutes Sides. Ja, das war shit. Okay, lass uns beenden. Wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt. Wir gehen mit da durch. Wir gehen mit da durch. Ja, wir reset. Ja. Yes. Wir sind wahrscheinlich ein Nip. Mhm. Sänger. Können wir den Tau defen? Ja, oder? I mean, actually... Ein Tower nicht für den Wolf. Ich wär' ready. Geh' nicht mehr dafür. Oh, wir haben guter Damage. Ich set nach vorne hier. Leider wohnert mich Victor halt. Mhm. Ein gutes Sidebase. Du solltest ein bisschen Poststand zumindest. Ich weiß nicht, wie viele von den Bases sind. Ich glaub' nicht alle, oder? Der Victor vielleicht? Kann er flashen oder so ziehen? Ich kann nicht flashen zum Follower ab. Ich hab' keinen Flash. Ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Ist fein. Lass Cam's Farm gehen. Okay. Will ich mal in Bot gehen? Sonst geh' ich. Äh, ich geh' gerne in Bot, ja. Ja. Nicht im Top-Set. Oder auch nicht. Oder war frech hier. Ja. Wunder. Holy miley. Can win. Can win? Statt des Comebacks, baby. Das wird halt jemand reinflashen. Und der, der den Initiativer greift, gewinnt. I think das können auch wir sein, wenn wir Victor Chance the Seed kriegen. Ich glaube halt, der, der zuerst stirbt, verliert den 1. Wegen Westerbigo. Wegen Westerbigo. Wegen Westerbigo. Ja, aber trotzdem. Also wir werden auch Chance the Seed von denen. Wenn der Liohner in den Punkt flasht. Is rough. Meine Ex-Fair haben Sonja's. Die nicht. Können wir top deinen Count an? Er wird aber Rabadons jetzt haben. Ich glaube, hier könnte not bad sein. Westerbigo ist auch da oben. Der, der... Ich glaube, Rankin ist nicht gecovert. Rankin ist nicht gecovert. Rankin ist nicht gecovert. Hier, wir gehen rein. Wir haben Nash, ne? Die kriegen die ganze Top-Ave. Das ist nicht gut. Aber lass ihn töten. Lass ihn töten. Ii. Nein, das dauert zu lange. Bitte Top-Line, 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 bitte, bitte, bitte. Er ist geflasht, actually. Wir können den Top-Line rotieren. Er ist geflasht und... Hat der TP wahrscheinlich, oder? T2 müssen wir abgeben. Hat der, hat der. T2 geben wir ab, aber ich würde einer fighten wollen. Ja. Ich push mit, die gehen raus. Wir gehen auf den Nash. Jetzt können wir auf den Nash. Nimm Top-Wave und dann machen wir auf den Play. Lass mich Top-Wave gehen, ich hab die P. Die gehen noch nicht raus. Nicht zeigen, bitte, nicht zeigen. Die sind immer noch Top-Line. 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 Also warte, Viktor auf jeden Fall. Viktor auf jeden Fall. Viktor hat auch geulted. Also Leon hat auch kein Flash, ne? Viktor hat auch einen Flash. Nene. Ja, wie lange ist denn Nash noch von denn? Auch. 10 Sekunden, 10 Sekunden. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Es wird der fetten Top-Sicht. Wir fighten. Wir brauchen hier Freddy. Können wir log? Das bekannt. Können wir diese wilden hier einnehmen? Gut, das war's glaub ich. Die werden nicht weiterpuschen. Wir können mitgehen. Aber können wir jetzt an dem Punkt einfach mal selbst für mehr Position und Engage spielen? Weil ich glaube, wir sind stärker, wenn wir einen Fight kriegen. Ich verstehe den Reset-Anspekt. Also wir geben einfach alles ab. Ich glaube, wenn er einen Auto stash hat, geht's, ja. Okay, ja. Das ist jetzt wieder ab. Das ist okay, Position nehmen. Kann ich Space. Ich muss Top-Air-Boss-Pushen. Ich muss ja noch einmal Base verbauen. Wir fassen Rabadons. 600 noch. Reds von denen ist ab. Die Booth-Wave nehme? Eineinhalb Minuten für Dragon. 600 Rabadons. Wenn wir das vom Drake kriegen, wäre das huge. Vier Items dann. Aber wollen wir nicht jetzt eine World-Side-Push stammen? Also, wir haben jetzt wieder keine... Wir haben zwei offene Nips, ne? Geben wir eins. Ja. Darf ich die Kredite haben? Dann habe ich die Vor-Item von... Ja, ja. Ich komme mit uns. Sonst können wir nicht spielen, glaube ich. Die gehen mitte gerade aktuell durch. Die müssen beide Sense-Bot. Eigentlich mitte uns, ne, gleich. Wollen wir das fighten, oder nicht? Wir haben hier einen TP-Bot. Ich würde sagen, wir sollten fighten. Ich würde sagen, wir sollten fighten. Aber... Die sind trotzdem rausgegangen. Die haben mich versuchen abzufangen, ja. Ich komme von rechts. Du kommst von links. Ist, glaube ich, noch bad. Let's look at it. Let's look at it. Renekten keinen Flash. Soll ich? Nein, nein. Nicht von der... Ich finde, wenn wir auf zwei Leute flanken können, ist es gut. Ja, aber Leute, wir haben jetzt gute Side-Baves. Und Elders, äh, Nashman gleich. Dann lass doch mit der fighten hier jetzt. Ja, genau. Lass auf Side-Baves warten, dann gehen wir gleich nach vorne auf der nächsten Wave. Vorsicht, Aggrin. Könnt ihr da nicht helfen. Mit der Contestant, guys. Brauche ich auf der Wave. Vision clearen. Bis bald. Wir wollen über Drake laufen. Wir wollen schon Back-Spielen bei unserer Koal. Wie hattest du für den Rab-Balance? 300. Look at this guy. Er ist Kurt. Er ist Kurt. Er ist Kurt. Er ist Kurt. Auf Position. Können wir nach vorne steppen? Ja. Und die Wave richtig rüber nehmen? Ja, wir können... Lass an der Wave bleiben, guys. Wir brauchen an der Wave, sonst flirten die. Okay, hier. Guck, Leona. Guck, Leona. Ne, Lona, bitte. Renekton, Renekton kein Flash. Renekton kein Flash. Renekton, Renekton. Reset. Guck, Aphelios bitte. Backline. Achtung, Vego Flash hinten. Achtung, Vego. Kein Flash, though. Ihr könnt beenden, wenn ihr das killt. Vego hier oben. Achtung, er ist Kayn. Er ist Kayn, er ist Kayn. Achtung, er ist Kayn. Push mit. Er hat gewonnen. Haben wir Minutes? Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Go End, go End. Leute! Dann müssen wir tanken, ich tanken. Ruhig bleiben. Er hat keinen Flash, er hat Stopwatch. Er kann eigentlich nichts machen. Er hat auch keine Ult. Er hat gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten gleich tanken kann. Doch, 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 doch. Vor schon. Er hat Stopwatch und Flash. Okay. Er hat Ocean Drakes, ist nicht klar. Geht durch, geht durch. Einfach gleich Sonjaßen. Und jetzt enden, bitte. Jetzt ist es serious. Ich hab meinen Traum einfach. Good job, guys. Good job, good job. Good job, good job, good job. Tön! Let's fucking go. Was ein schönes Game. Das war auch ein Bälle einfach. Back to Popport und wir gewinnen das! Oh my god. Okay, wir haben eigentlich noch ein Game gewonnen. Was? Ich will die Series gewinnen. Was? Ich fand mein Flashplay sehr geil.